Musik Ich bin der Oliver Rau von Kiwanta und zusammen mit meiner Frau betreiben wir den Kiwanta-Shop seit zwei Jahren. Und Kiwanta spezialisiert sich eben auf Artikel, die aus Edelstahl sind, die BPA-frei sind, also frei von diesen hormonähnlichen Substanzen. Das war die Idee von Nathalie, meiner Frau. Die hat nämlich dadurch, dass wir kleine Kinder haben, irgendwann gemerkt, sie hätte gerne eine gesunde Trinkflasche für die Kleinen. Diese Base-Shops sind ja irgendwann dann am Ende und deshalb sind wir dann auf die Flex gewechselt. Dass wir da näher rankommen, mehr Möglichkeiten haben. Das ist eben das Schöne. Wir können dann selbst entscheiden, wann wir das Update haben wollen. Wir gucken, manchmal kommt nochmal ein Hotfix hinterher oder sowas und dann drücken wir auf den Knopf. Wir haben im Prinzip eine eigene Schnittstelle, die uns aus E-Pages in unsere Logistik herein sämtliche Abläufe so transparent abbildet, wie wir das genau haben möchten. Wir haben ja ein bisschen eigene Logistikabläufe. Wir versuchen auch durch starke Kundennähe auch noch in letzter Sekunde Änderungen an Aufträgen zum Beispiel annehmen zu können. Also wir haben eine extrem hohe Quote, dass wir Bestellungen, die bis 15 Uhr reingehen, noch am selben Tag rausbekommen. Jeder, der mal in einer normalen Shared-Hosting-Umgebung gearbeitet hat, wird das bestätigen, was das für ein enormer Performance-Unterschied ist, wenn man das auf dem eigenen Server in eigener Kapazität laufen hat. Wir sorgen für den höchstmöglichen Sicherheitsstandard. Und ich verlasse mich dann sozusagen nachgelagert auf E-Pages und auf die Hosting-Umgebung, dass eben da nichts passiert. Ich muss es aber guten Gewissens dem Kunden sagen können und das kann ich in diesem Fall. Wir planen so einen kleinen Refresh unseres Shops und werden dann auch in englischer Sprache anbieten. Das sind Sachen, wo ich mir gar keine Gedanken machen muss mit der Flex, weil ich eben weiß, dass sie das beherrscht. Also der Aufwand, den wir hatten mit der Umstellung von der gehosteten Shop-Version zur Flex-Version, der war so gering, dass ich, also ich habe mit sehr viel Arbeitsaufwand gerechnet und es war so gut wie keiner. Das war für uns ein ganz tolles Erlebnis. Ich kann nur sagen, die Flex hat uns bis jetzt während des Wachstums sehr gut begleitet und ich habe mehr als gute Hoffnung, dass da genug Reserven sind, uns hoffentlich bei weiterem Wachstum auch zu begleiten.